Moin Moin, ich bin's, euer Flakti. Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Endlich ist es wieder soweit. Ich habe Fanpost erhalten. Dieses Mal eine Fanwarenpost. So, hier könnt ihr das einmal sehen. Das meiste habe ich zensiert. Meine Adresse habe ich sichtbar gelassen. Also, wenn ihr mir mal Fanpost schicken wollt, hier ist meine Adresse. Ich hoffe, ihr könnt das aus der Entfernung überhaupt sehen. So, ich werde es mal öffnen. Vielleicht hätte ich mir mal hier ein Messer bereitlegen sollen. Aber ich glaube, ich kriege das auch so hin. Mal schauen, was da drin ist. In der Fanwarenpost ist drin ein digitales Innen- und Außenthermometer. Schaut euch nur dieses schöne Teil an. Vielen Dank an Rosat Moranti für diese schöne Fanpost. So, das war's jetzt auch wieder von mir. Ich hoffe, euch hat dieses kurze Video unterhalten. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wartet noch.